Hey, das Geräusch kennen wir doch. Hey, das ist der Radiosender. Wieso machen sie die Wärmung für Intel? Oh Gott, was ist da? Warum? Ist klar. Okay. Durchkämen wir. Okay. Oh, ihr seid in Höhe. Komm, du und du. Fick's euch. Alter, ich hasse die Polizisten unendlich. Ach, komm. Ey, Alter, ich hab ne Doppel-Doppel-Munitionsschrott an dir verbraten. Ja, ja. So, komm. Alter, das wird... Ja. Ah. Ja, oh Mann, Alter. So. Bei dir hilft nur richtig Maschinengewehr zu verwenden. Alter. Ähm. Hallo? 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 Alter! So, weg. Dreckstack. Alter, das Spiel wird jetzt aber schon etwas hart. Nein! Boah. Ich glaub, das sollte heißen, dass ich wohl heute zu viel gespielt habe. Deswegen sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen, liebe Leute. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, Tag, was auch immer. Euer Curse LP hier. Tschüss. Baskett ab, Leute. Es ist wieder euer Curse LP und wir kommen zu einer nächsten Aufnahmesession von diesem schönen Spiel namens Die Hunger. Das schöne Horrorspiel mit den ganzen Zombies und Polizisten, die uns bzw. mich gerne umbringen wollen. So. Ähm. Bevor ihr jetzt alle denkt, warum ich jetzt das Mikrofon habe. Ähm. Das kommt deswegen, weil ich für die Synchronisierung von meiner Facecam und von dem Gelabere, was ich hier gerade gelabere, für die Synchronisation ist es halt gut, damit ich es viel einfacher habe. Verstanden? Okay. Ihr hört lieber auf. Keine Sorge. Den Ton bekomme ich nochmal hier von meinem, bzw. ihr bekommt noch den Ton von meinem Studiomikrofon. Und. Werden wir mal anfangen. Ja. Fängt der schon gut an. Ah. Okay. Okay. Ah ja. Stimmt. Stimmt. Genau. Ähm. Bevor du sie jetzt fragst, warum ich jetzt wieder die Sequenz äh, wieder von vorne mache. Das hat den Grund, weil meine Frapsaufnahme für kurze Zeit abgeschmiert ist. Jetzt aber nicht viel verpasst. Ich ungefähr vier... Oder? Nee. Nee. Blödsinn. Blödsinn. Was rede ich denn für einen Scheiß? Nee. Vergesst das. Vergesst was ich sage. Das war kein... Das war bei einem anderen Spiel. Genau. Das war bei meinen Drakensang-Aufsession. Aber das habe ich eh vor einer Woche euch erzählt. Ganz komisch. Irgendwie fühlt sich die Störung komplett... Alter. Wolltest du mich verarschen? Alter. Nicht mal wie viel. Drei Minuten Spielzeit und schon... Schockiert das Spiel mich wieder. Ey. Das kann echt nicht wahr sein, ey. Wollt das Spiel mich hassen oder was? Hm. Oh. Sehr witzig. So. Toll. Oh. Hups. Hab ein bisschen gesprayt. So. Sehr gut. Da ist niemand. Ja genau. Euch habe ich erwartet. So. Euch töte ich ja mal mit der Pistole. Mit der... Mit der... Mit der... Mit der... der Polizist kommt. Von oben. Ja. Fick dich. Und du fick dich. Auch. Sehr nice. So will ich das sehen. Okay. Das Spiel wird jetzt aber so richtig hart. Okay. Da war der eine Typ hier da. Ich habe ich erwartet. Ach genau. Stimmt. Da bin ich ja gell versagt. Kann... Boah. Apopos. Ich habe doch nicht alles da hier entdeckt. Oder? Ne. 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 Da fehlt ja noch einiges. Hier. Okay. Da geht es sowieso nicht weiter. Lucci. Hallo Lucci. Okay. Alter. Alter! Wow! Ungünstiger Zeitpunkt ever! Alter! Bäh! Alter! So! Achso, das sind Bierflaschen oder was ist da los? Keine Ahnung. Apropos. Keine Ahnung. Ach, da bin ich! Alter! Nee, das... Doch! Ah! Toll! Ja, bin ich gut! Okay, geh mal wieder von da zurück! Toll! Aber da war doch so ein Typ, der so geschrien hat! Wisst ihr noch? Wo war denn der? Ja! Scheiße! Und hier habe ich keine Sniper-Munition, ey! So ein Dreck! Alter! Mein... Nase! Ah! Hier! Mein Auge! Alter! Mein anderes Auge! Alter! Ah doch, so! Rechtsklick! Ich fерхschrei! Und als ja, das wenn euch das oben ist!